Der FC St. Pauli hat auch das dritte Pflichtspiel unter Fabian Hürzeler gewonnen. Die Kiezkicker setzten sich im Heimspiel gegen den bis dato auswärts noch ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern mit 1 zu 0 durch. Das goldene Tor des Tages erzielte Conor Metcalf mit einem platzierten Linksschuss in der 72. Minute. Damit holen die Braun-Weißen auch im dritten Spiel unter Fabian Hürzeler den dritten Sieg ohne Gegentor. Mit nun 26 Punkten belegt der FC St. Pauli Tabellenplatz 9 und hat 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.